Das bleibt doch. Wir müssen einsehen. Okay, hier irgendwo steht noch jemand. Ähm... Ist das eine grosse Katze? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Uh, die Katze ist ganz schwarz. Nein, ich... Ach süss. Donald Rezept, Bread Rezept. Turbin Sofa. Zum Wupple Sh. Süss. Voll teuer. 800, 600, 700, 800. Ich will die Katze. Komm her. Danke. Hallo. Na, schaust du mich an? Ich würde gerne... Ich würde gerne... Hallo Katze. Wir sind jetzt Freunde. Ob du willst oder nicht. Echt. Wann ein Katerpillar? Ja. Hallo. Eulenmädchen. Ich bin das Katzenpandamädchen. Miau. Miau, 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 miau. Okay, ich habe alles verstanden. Was verkaufst du denn so? Kein Mensch auf dieser Welt. Ich sang es süß. the best. I feel it all and by your side. I feel it all and by your side. Nein, schaden kann es sein, dass du da gerade deinen Spaß hast hier, wenn ich jetzt mit dem roten Panda-Baden gehe. Spaß. Ich wollte es nicht ganz runterlaufen, obwohl ich das so ganz runter muss. Ein wenig. Schade eigentlich, dass sich so wenig für das Spiel interessieren, weil es ist so verstörend, aber irgendwie auch so lustig. Es ist wirklich ein bisschen schade. Aber wenigstens du, Anicja, wenigstens du bist mit mir zusammen bereit, neue Welten zu entdecken. So verstörend und bunt sie auch sein können. Die Spiele sind immer so spannend. Greetings, Traveler. Was ist das? Wow, that would be incredible. I have a feeling she might be near the center of town. Last time she went missing, I found her in a pile of clothing. And the clothing store, she wasn't there when I checked earlier, but it's probably a good place to start. Man muss auch nicht viel laufen in dem Spiel. Was passiert eigentlich? Eigentlich... Ich reiß dich nicht mit in den Tod. A magical world. And I'm a magical girl. Magical cat girl. Ich hab... Das ist schon ganz schön hoch. Das ist schon verdammt hoch. Ich brauch kurz was zu trinken. Bisschen Eistee. Um die Magie zu verkraften. Ähm... Kann ich eigentlich... Ja... Die Sprache einstellen. Settings. Language. Yay! Das kann man garantiert lesen. Okay. Ja, das würde nichts bringen. Animates? Animates. Animates. Ähm... Ich hab doch Animates. Da. Kaliko. Kompi. Chair. Jigger. Patches. Der Name ist putzig. Aber warum... Dreimal C, einmal T und einmal Patches. Kaffee, 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 Party. Wie viele Tiere kann man eigentlich überhaupt haben? Ja, ja. War das Japanisch? Schrift? Ich war mir nicht sicher. Aber ich glaube, chinesisch war es nicht. Chinesisch hat ja ein bisschen... Einige mehr Anstriche. Ich bin kein Profi, wenn es um Schriftzeichen geht. Cool. Ich könnte kein Japanisch lesen. Need anything? Apologize, you've caught me in the middle of... ...20 different things. Work seems to be endless. When you're... ...uh... ...you're your own boss. Say, can I ask a favor of you? I just had an item come in... ...of Mayor Kiva. And I'm too busy to deliver it right now. Normally Ash do's deliveries. ...but I've got them on inventory today. Will you be willing to take this over to the mayor? It's this... ...customized ergonomic... ...desk chair... ...for her office that she... ...ordered in there. I know she's been looking forward... ...to getting this to help with her work. So she... ...sooner... ...and guess... ...to her the better. Ich glaube nicht, darling. You're a lifesaver. Okay. Cookie Rezept. Beagle Rezept. Guck mal, das kostet nur 100. Ja, das nehmen wir mit. Den haben wir doch schon. Den habe ich. Habe ich? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Habe ich, glaube ich. Nein. Habe ich nicht. Aber einer. Ein großer wäre nicht schlecht. Oh die. Wow. Ich kann hier die Kamera nicht mal mehr drehen. Das ist Absicht, dass ich da nicht hochkomme. Nee, 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 wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht. Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Das ist eine grüne. Shark Head. Cool Das ist cool Red Panda Ears 300 Ich sollte jetzt nicht alles an Geld ausgeben Hat die nicht gesagt irgendwie Warte How dare Need you anything? Gosh you look so cute today I'm glad you asked because I'm actually Do need something for you I've been chatting with Serfena Over in Cottey City About some new marketing Strategies for my clothing shop Have you made Serfena? She's brilliant She knows everyone And she always knows the latest trend In fashion too Anyway she sucks that I do a photoshoot Wearing some of the clothes I sell When an article her friend Is writing The articles about 21 fashion name A businesswoman of the 21st century I think that was it The point that I need for those Your shop has been looking so adorable That I thought I would be the perfect bedroom You don't mind do you? I can come really early in the morning So I won't get in any of your customers' way Sure, this sounds fun That's great I've got some new cloud potential drills Going in Though as soon as they They're here I hop over To take the photos Oh gosh And what would be really great Is if you Gold find a cloud-themed drop Or two That I could use In the photo I can over the Costs And give you something extra For your help You're the best This is going to blow Oh Safenas Meant Ähm Ja Das ist extrem viel Alter Und wie rede ich jetzt mit der Stanford Oh Stanford Wo ist die? Wo ist die Mayor? Da Kiewas Haus Bei Kiewas Haus Ähm Oh Gott Das ist wirklich extrem anspruchsvoll Also Ähm Ich verstehe es zum Glück Wow Also Ähm Jemand der nicht gut in Englisch ist Sollte das echt Nicht spiegeln Der Wird da keinen Meter durchblicken Hey Fridio How are you doing today? I want to talk to you About something I want to talk to you About something I want to talk to you About something It's nice to see you again How can I help? Um Actually I'm here to help you today I've got a package from Estelle for you Ah Is it the special chair I ordered Oh I'm so happy My short bacon I thank you Endlessly Tell Estelle I love it Du saß noch nicht mal drauf Hauptsache Gibt es das? Gibt es mein Haus Eines der wenigen Häusern In die man wirklich reingehen kann? Die wird wahrscheinlich enttäuscht sein Weil ich jetzt nichts mit Frühchen hab Ich hab auch kein Geld mehr dafür Ich könnte nichts mehr kaufen Und? Was könnte ich denn mount? Ich hab doch Ja und das zweimal hintereinander Jeweils Äh The path to the mountain Finds an to the cat Ciao It's all black Bright green eyes And was lost Seen in the center Ich will dir nichts sagen Aber ich hab ihre Katze schon links gefunden Da läuft das Ding Da Hier Okay Wir legen uns jetzt schlafen Ähm Und dann bringen wir ihr am nächsten Tag Ihre Katze Hallo? Ist du Ciao? Ja Hallo Ciao Uuuuuh Nicht meckern Wir bringen dich jetzt zurück zu Mami Wer die eigentlich Ist das meine Katze oder wie folgt das Finde ich mich da nur Ich bin ein bisschen verwirrt Ich bin ein bisschen verwirrt Ich bin ein bisschen verwirrt Es ist eine kleine Katze Oh Ich bin ein bisschen verwirrt Ich w cứ mir Oh, das funktioniert jetzt nicht. Komm hier schon wieder. Ich weiß nicht, ob du meine Katze bist. Doch, du bist Kaliko. Nein, ihr willft euch jetzt. Ich kann leider nicht tauschen. Nein, sie leben noch. Guck. Macht noch Geräusche. Es hört sich einfacher an, als wenn wir 20 Katzen bei uns hätten. Und die Katze kriegt sich nicht mehr ein. Wir haben uns einmal zu viel gemacht. Das Spiel kam nicht mehr hinterher. Hey, 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 hey. Katze, deine Katze. Help with these landslides. Help with landslides. Eh, landslides, landslides, no? Oh, that's a hard one. It would be great to be able to go back to the mountain signs. One of my biggest customers is here, they're looking up at this Nobel hot springs always. But I don't really make potions that blow up, let me think about this a little bit. I got it. Come back tomorrow, and I should have something ready for you. Bitteschön, deine Katze. Ja, ähm. Wie viel die reden. Das ist halt echt brutal. Hallo, Spielen ist jetzt schon eine Stunde 23. To stay in with you. . Da, 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 da. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.